Hallo meine Lieben, heute startet mein Adventskalender für euch. An jeden Tag im Dezember erwartet euch eine kleine Überraschung, etwas zum Basteln, zum Kochen, Geschenkideen, die ihr selber machen könnt, etwas zum Dekorieren und und und. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine wunderschöne Adventszeit mit meinen Ideen und heute am 1. Dezember starten wir mit diesen wunderschönen kleinen Tannenzapfenbäumchen mit etwas Glitter, mit Perlen. Eine wunderschöne nette Idee zum Dekorieren, die ihr vielleicht auch mal auf die Festtagstafel hinstellen könnt oder einfach so zur Deko ans Fenster oder wo ihr es gerne haben möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Endschолнit And消 Betschen 2 4 5 3 5 Untertitelung. BR 2018 I once had asked for that Christmas feast When heart and soul were both at ease That Christmas now I need more of I remember making all the gifts Cutting out parts of paper I'm pretending they were